okay ich habe eine halbe stunde zeit dann ist startet der stream um 21 uhr freitag wahnsinn so wir wollen uns ansehen hamster playground okay jedenfalls wollten uns hamster playground sehen eigentlich nicht aber ich habe es auf was weiß ich wie vielen klamotten gelesen positiv hier und da und das ist gratis und die grafik anstellung auf ja okay also wir müssen uns erst mal ein haus bauen das ist jetzt so das erste menü haus kackboden er wie sagt level system verschiedene funktionen keine ahnung kümmere dich um ein hamster sie müssen fressen trinken spielen schlafen sich putzen und zur toilette wählen sie einen hamster und dann wählen sie ein geräte aus um sie um sie zu sagen dass sie es verwenden sollen um sie zu mit einer sitzung kannste einen hamster trainieren um sich stärker geschickt intelligenter oder entschlossener zu machen ps drücke ich an ist das so schnell wie mir ja okay quick time events und die level up systeme punktesysteme so weiter ok wie viele handy spiel spiel wie ein handy spiel boah ist der lecker verspielt schlafsnütze ausgeglichen als fanatiker ausgeglichen feindstecker wo ist denn der penner ist gut den mag ich finde ich immer witzig mit den bildern im buch hat die menschen haben soll ja wiskas goldie ja und jetzt ah ok wir haben hier spielgeräte ja du bist müde dann bin ich nur noch das müde an licht immer eine stunde hin er ist ja noch neune und was mache ich jetzt wir haben es ja kleidung guck mal hier können wir noch sachen freischalten etliche accessoires und sowas ja das ist halt das so typisch in die spielpunkte machen einschalten oder frei spielen halt würde ich sagen also die nicht faulen hamster hätten jetzt die treppe genommen würde ich sagen können wir mal eine runde spielen hier die will küsst fütter dein hamster der hamster wasser ok das heißt wir brauchen noch ne brauchen nicht jetzt ist der schon wieder eingepennt badet ein hamster fütter dein hamster fütter dein hamster ja man der pente in einem tag sehr schön einmal wasser wo wir da sind wo wir da sind ah wir haben noch mehr zimmer achso ein bisschen futter geben jam jam hier da unten ist es nicht da oben den kopf reinstellen unglaublich so einmal ein bisschen waschi waschi machen der hat einen duschvorhang dann geht man erst kacken dann ruhig aber gut komm wir machen mal eine wurst raus hier ah guck mal können wir dann auch eine wand machen direkt dann lerne ich wieder einpennchen ne mal gemerkt guck mal an oder level wie schön aber ja unendlich hier ne ah da musst du balancieren genau nicht na alles im grünen bereich jetzt war ne das heißt beschäftigt von wegen kraft und intelligenz müssen noch intelligenz muss hier so ein ding sagen ja komm jetzt dann was machst du denn da so lange na guck mal bräuchten wir das noch dann nennen wir das auf ja ruhig weg geleistet so jetzt bräuchten wir noch rennzeit erstmal noch ne das machen wir wo jetzt brauche ich jetzt viel mehr sachen und die muss ich mir erstmal erst freustellen das heißt wir müssen erstmal ein spiel spielen machen wir mal wettessen ich weiß ja jetzt nicht genau wie es funktioniert ich wäre nie aufgepasst aber jetzt wird man schon raus hin ah fuck so läuft das ok ah so läuft das ok ich bin voll scheiße ich bin voll scheiße jawohl 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 Okay, das haben wir jetzt auch mal getestet. Gibt es da noch verschiedene Spiele? Haben wir Seite 1 abgeschlossen? Auf und neue Kleidung. Okay. Haben wir jetzt doch gerade freigeschaltet hier, oder? Wie lange haben wir denn? 505? Gibt es doch etwas günstiges hier. Ach, Kleidung bräuchte. Also, nicht sogar günstig. Was ist das denn für ein Lederlinge? Hm. Na, hier ist geile Lederlinge. Was kriegt uns denn jetzt noch? Kauf ein Möbelstück? So, ein Möbelstück haben wir auch. Ein Haushaltsgerät aufwerten. Weil wir nicht mehr lange in den Kühlschrank, ne? Ja. Werder nicht? Oh, man, werder ein Haushaltsgerät auf. Aufwerten. Habe ich doch jetzt. Will nicht. Aufwerten. Ja. Das Ding. Und dann? Ach, ja, klar. Da aufwerten. H40. Ja, jetzt bin ich alles verpasst. Und dann bin ich wieder zum Aufwerten. Da haben wir nichts kleines, was ich aufhören kann, ne? Hier. Das ist es nämlich. Müssen wir noch ein bisschen spielen, ne? Müssen wir nochmal spielen. Ah, nein. Hm. Ach, versau's wieder ein. Ja, toll. Das ist mir schnell das Problem. Nicht unterschauen mich das für die Aufwertung. Ich muss ja wenigstens das Tutorial durchkriegen. Gibt's ja nicht, ey. Ach, irgendwann noch falsch. Und die dämmlichen hier eigentlich. Ich bin schon wieder zu langsam. Ich bin immer trotzdem dritter. Das ist doch scheiße. Ja, ich sag, jetzt fehlen mir immer noch, ähm, den jetzt hier. Ich hab nicht genug Schrauben. 95. Hab ich so ein Mist. Ich brauch 100 zum Aufwärmen. Kann ich jeden Mist für 100 Aufwärmen. Dann haben wir das mal. Ich bin sowas noch schlimmer als bei allen anderen, aber ich weiß gar nicht, wie es funktioniert. Aber... Muss ich jetzt steuern, oder? Ja, okay, ich muss hier passen, wieder klicken, okay. Boah, Leute. Das ist ein schreckliches Spiel. Das wird ja nix. Okay, jetzt hab ich immer genug Schrauben zum Aufwerten. Dann ist das Tutorial abgeschlossen. Dann ist das gut. Und die Buckel dann besorgt, ne? Diese generische Scheiße hin. So, aufwerten. Jawohl. So. So, das ist soweit alles abgeschlossen. Aber dann war es Tutorial fertig. Verlohnung erhalten. So, das wär's. Alles mit klar. So. Okay. Das wär's dann erstmal. Ich verpiss mich hier. Viertelstunde haben wir fast vor. So.